Die gleiche Situation lag in Ungarn vor, dass die Jure immer noch ein Wahlkönigtum war, woran sich die Magnaten sehr wahrscheinlich erinnert hätten. Das Paktum von 1703, das der Hofkanzler Johann Friedrich Graf Seilern entworfen hatte, war lediglich ein habsburgisch-hausinterner Vertrag ohne Außenwirkung. Und außerdem, warum eigentlich, geheim. Am 19. April 1713 ließ Kaiser Karl VI. in einem feierlichen Staatsakt um 10 Uhr, wie es in der notariellen Beurkundung heißt, das Paktum, das von nun an allgemein mit pragmatische Sanktion bezeichnet wurde, veröffentlichen. Die Präambel der Beurkundung, die Geheimberäte und Ministros aufführt, die der Zeremonie beiwohnten, allen voran Prinz Eugen, liest sich wie ein altösterreichisches Adelsverzeichnis. Schwarzenberg, Dietrichstein, Seilern, Starrhemberg, hier noch Starnberg geschrieben, Herberstein, Schönborn, Par, Palfi, Kevenhüller, Salm. Das Dokument in deutscher Sprache, nicht mehr in Latein, und in herzerfrischend barocken Schnörkeln abgefasst, beinhaltete, dass das dreifache, um nicht zu sagen dreifaltige Erbe Habsburgs, Österreich mit Steiermark, Kärnten, Tirol und so weiter, Böhmen und Ungarn, ungeteilt, und sofern kein männlicher Erbe vorhanden, an die jeweils älteste Tochter fallen sollte. Er erhoffte, dann früh verstorbene Sohn und die Töchter waren zu der Zeit noch gar nicht geboren. Nun war aber auch diese feierliche Deklaration ohne bindende Außenwirkung und ohne Zustimmung der Kurfürsten, der anderen Reichsstände und der auswärtigen Mächte so gut wie wertlos. Also setzte eine rastlose diplomatische Tätigkeit im Auftrag des Kaisers ein. Viel Geld floss, sehr viel Geld. Es war das Geld, das für die Rüstung fehlte. Bestechungssummen ungeheuren Ausmaßes, Zubilligung von Privilegien und anderes.